Was in unserem Team sehr gut funktioniert, ist die Offenheit, ist die klare Kommunikation und was ich persönlich sehr schätze, ist der positive Umgang mit Fehlern. Das Besondere in unserem Team ist, dass wir eine relativ breite Altersspanne haben und ich finde es positiv gesehen sehr gut, weil wir zwei Personen im Team haben, die früher Leitungsfunktionen hatten und von denen können wir sehr viel Know-how übernehmen. Wichtig ist, glaube ich, die Kommunikation untereinander, dass man sich immer abspricht und einander hilft, wenn es einmal hakt. Wir haben einmal in der Woche einen Show-Fix mit allen fixangestellten Personen bzw. von den Teilzeitkräften. Wenn die Person im Haus ist, nimmt sie auch am Show-Fix teil. Wir bekommen sofort Rückmeldung über jenes, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist und es kann sich niemand hinter einem anderen Kollegen verstecken. Team-Events gibt es auch, so wie zum Sommerabschluss zum Beispiel, wo die Trainer dann ein bisschen zusammensitzen und vielleicht etwas angrillen. Oder es gibt am Jahresbeginn eine Jahreseinstimmungsfeier, wo man sich wieder trifft nach den Weihnachtsferien und das Jahr neu durchstarten kann. ... ...